Hallo Dino-Menschen! Gute Nachrichten! ARC ist mit sieben Maps gerade kostenlos auf Steam erhältlich. Und zwar bis zum 19. Juni. Solltet ihr also bislang noch nicht in den Genuss gekommen sein, ARC auf dem PC spielen zu können, dann habt ihr jetzt die Chance. Aber was ist alles enthalten? Zuerst The Island. Zum einen ist das Basisspiel mit der Map The Island vorhanden. Die Basiskarte ist der Klassiker schlechthin. Tropische Strände, ein atmosphärischer Redwood Forest und tiefer kalte Schneegebiete geben euch mehrere hundert Spielstunden und ermöglichen euch, das Basisspiel kennenzulernen. The Island enthält vier Endgame-Bosse in jeweils drei verschiedenen Schwierigkeiten. Als nächstes The Center. The Center enthält ähnliche Biome wie The Island, aber hat ein außergewöhnliches Map-Design. Mit einer schwebenden Insel in der Mitte, verlassene Ruinen, riesige Höhlensysteme und ein sehr charakteristisches Wettersystem. Mit The Center habt ihr mehr als alles andere das Gefühl, auf eine vergangene Zivilisation gestoßen zu sein. Auf The Center könnt ihr erstmals einen kombinierten Bosskampf mit mehreren Bossen bestreiten. Auch dieser Bosskampf existiert in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Ragnarök ist vermutlich eine der beliebtesten Maps im gesamten Spiel. Selbst in mehreren Umfragen hier auf dem Kanal hat Ragnarök immer wieder als Nummer 1 abgeschlossen. Ragnarök ist eine nordisch inspirierte Map und stellt auch das erste Mal in einer kostenlosen Map mythologische Tiere vor. Zähmt euch einen Greifen oder zieht eine eigene Weihwand groß, um mit ihr entweder durch die schneebedeckten Berge, die gefährlichen Highlands oder die tiefen Wälder zu fliegen. Es gibt auch noch einen tiefen, dunklen Sumpf und eine ausgiebige Unterwasserlandschaft mit Schiffswracks. Auch Ragnarök kommt mit einem kombinierten Bosskampf über drei Schwierigkeitsstufen. Valguero ist die Map, auf der ich meine Hauptbasis habe. Weitreichende Kalkklippen und das Zuhause des Deinonykus. Wenn ihr gerne und groß baut, dann ist hier eure Map. Denn nirgendwo werdet ihr so viele Ebenen und horizontale Flächen finden. Die Map ist keine Insel per se, sondern ein Landstrich mit einem Fluss, der durch die Mitte führt. Valguero existiert auf praktisch drei verschiedenen Ebenen, denn unter der Map befindet sich ein riesiges Höhlensystem über zwei verschiedene Ebenen, mit neun aufregenden Tieren, die vormals nur in Bezahl-DLCs verfügbar waren. Valguero verfügt ebenfalls über einen kombinierten Bosskampf in drei Schwierigkeitsstufen, der euch alles abverlangt. Crystal Isles Wenn Crystal Isles eine Sache ist, dann anders. Riesige Kristalle in verschiedenen Farben ragen über die Map und setzen den Namen stilgerecht um. Crystal Isles kommt mit einer neuen Weiwernart, den Crystal Weiwern. Diese sind etwas kleiner als die normalen Weiwern, aber lassen sich im Gegensatz zu den regulären Weiwern zähmen. Ihr müsst also keine Eier klauen, sondern könnt euch die Tiere einfach aussuchen. Crystal Isles ist riesig, wunderschön und extrem anders zu den bisherigen Maps. Die Map kommt mit einem neuen eigenen Boss in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Lost Island erschien erst vor kurzem, genauer gesagt im Dezember letzten Jahres. Die Karte umfasst eine riesige Insel mit tiefen Wäldern, neun Kreaturen, die per User-Voting entschieden wurden. Lost Island ist also sehr ähnlich zu der nordischen Ragnarök-Map, hat aber noch einen eigenen Charme behalten. Auf dieser Map könnt ihr den Sinomakrop sehen. Ein kleiner Flugsaurier, der sich auf eurem Rücken heftet und dann als Gleiter mit euch durch die Luft fliegen kann. Dann ist da noch der Deinopithecus, ein Pavian, der mit Fäkalien, Granaten oder einer skurrilen Mischung aus beiden eure Feinde attackiert. Und dann der Amagasaurus, der Eis und Feuerstacheln verschießt und damit ein interessantes Tier für den PvP-Kampf ist. Lost Island kommt mit einem neuen Boss in eine riesige Kampf-Arena in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Fjordur. Fjordur ist eine Wikinger-Map. Diesen Monat Release taucht sie tief in die Wikinger-Thematik ein und bringt gleich vier neue Kreaturen mit sich. Den Fjordhawk, den Andrusakus, das Modus Draculé und den Fenrir. Fjordur bringt außerdem noch eine Menge Kreaturen obendrauf mit sich, die sonst vormals nur in Bezahl-DLCs verfügbar waren. Fjordur kommt mit einer riesigen Welt, einem Teleport-System, verschiedenen Gebieten, die über Portale erreichbar sind und noch viel mehr. Ich entdecke die Map gerade selbst für mich und auch Fjordur hat einen eigenen Boss in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen. War das schon alles? Nein, nicht ganz. Denn wenn ihr Ark über Steam besitzt, dann habt ihr auch noch Zugriff auf alle Mods. Das sind noch einmal unzählige weitere Maps, neue Tiere, neue Gegenstände, neue Spielmodi. Die Mod-Welt in Ark ist groß und umfangreich und viel zu groß, um alles aufzählen zu können. Aber mit diesem kostenlosen Bundle habt ihr auf jeden Fall mehrere tausend Spielstunden an Content. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ihr wollt aber eigentlich noch mehr, dann könnt ihr gegen ein kleines Entgelt auch die bezahlten Story-DLCs dazu bekommen. Derzeit liegt der Preis bei 32,50 Euro. Damit bekommt ihr dann auch alle Story-Maps und es sind noch einmal fünf weitere Maps mit einzigartigen Settings und Bosskämpfen, mehr Kreaturen und ihr bekommt noch einen phänomenalen Soundtrack, falls das etwas ist, was euch interessiert. Wenn ich euch sage, ich habe fast 12.000 Stunden in diesem Spiel und bei weitem noch nicht alles erlebt und gesehen, dann meine ich das. Es ist extrem viel Content. Schlagt also bis zum 19. zu, auch wenn ihr Ark bereits auf Epic oder dem Windows 10 Store habt, denn diese werden vermutlich nie den Zugang zum Modding bekommen. Wenn ihr das Spiel auf Steam besitzt, dann eröffnet sich für euch eine komplett neue Welt. Also nutzt die Chance. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Ark-Spielen. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.